hallo leute da ist wieder der stefan von outdoor kinder heim mit was ganz was speziellen heit mit einem challenge mit einer blackout challenge für euch und zwar will ich mit euch folgendes experiment machen ob es ihr den wirklich vorbereitet hat auf einen blackout oder auf einen längeren stromausfall wir haben 170.000 stromausfälle im jahr so unwahrscheinlich ist dieses thema also nicht es wird drei möglichkeiten geben teilzunehmen die hardcore variante also die möglichkeit 1 ist nach dem video bitte strom abschalten genau in der reihenfolge zeige ich was müsste abschalten was dürfen sie nicht mehr benutzen wo dürfte nicht mehr hingehen dieses wochenende das geht dann also bis montag früh das mal stufe 1 stufe 2 es wird sagen ich habe morgen feuerweite ich habe dieses wie auch immer dann halt einfach vielleicht einen tag mitnehmen oder so lange wie es halt geht und die möglichkeit 3 ist halt für die anderen gedacht ihr sagen gerade dieses wochenende ist blöd dass die wirklich mal bei jedem schritt den die machen dieses wochenende nachdenken könnte ich das jetzt oder könnte ich nicht und wie löse ich mein dieses problem wie man das simuliert was ihr nicht mehr dürft was ihr ausschalten müsst das zeige ich euch weil ziel des ganzen ist euch darauf vorzubereiten wenn man wirklich stromausfall kann also sagt ich bin ganz relaxed ist jetzt nicht so dramatisch für mich weil ich sehe es ja aus der sicht der hilfskräfte bin ja beim THW desto mehr leute vorbereitet haben desto weniger stress haben wir draußen wenn nach zwei tagen oder der herkunft und sagen ich habe hunger das ist halt blöd shit happens für den besetzen gut es wird dann noch einen zweiten teil geben indem ich euch dann noch vorstelle wie ich dieses thema gelöst habe jeweils als tipps und tricks gibt wie ihr die einzelnen probleme lösen könnt aber wenn euch das interessiert wie es funktioniert wenn ihr dabei sein wollt bleibt einfach dran okay wie beginn wir den jetzt teil eins ist ihr druckt jetzt dann nach dem video bitte auf den schutzschalter das ist eine t taste die solltet ihr sowieso regelmäßig prüfen weil das ding ist ja euer lebensversicherung in zum strom geht und er sollte geprüft dann aber auch funktioniert wenn er darauf trägt ist das haus finster es fließt kein strom beginn wir mal was wird jetzt das wer zu merken was funktioniert es geht kein licht mehr es geht keine heizung der ofen geht nicht mehr der kühlschrank die gefriertruhe telefon fritzbox internet ist alles weg weil geht ja nur über fritzbox und fritzbox läuft nicht ohne strom keine ziehautomat funktioniert in dem moment mehr keine bank keine tankstelle keine geschäfte haben wir offen vielleicht noch ein paar kleine tante emma leiten aber die großen ohne registrierkasten ohne elektrotür die auf und zu geben es wird sich ein verkehrschaos in manche städte einstellen weil die ampeln ja nicht mehr funktionieren vielleicht geht auch kein zug mehr auch das könnte sein und fernsehradioscheiden auch aus und jetzt kommen zur challenge gut also ich habe ja gesagt telefon geht nicht mehr internet geht nicht in aller regel funktioniert aber unser handy noch das heißt wir können das handy nach wie vor die ersten als in stufe eins nach wie vor benutzen aufgeladen vorausgesetzt aufladen können sie es jetzt nicht mehr außerhalb zur powerbank aber ihr merkt es ja selber wenn sie es jetzt irgendwo ansteckt es passiert nichts mehr wir können wie gesagt nicht mehr telefonieren man kann uns nicht mehr anrufen problem ist auch jetzt in dem moment das handy wird stark überlastet sein denn unsere masten sind dafür ausgelegt dass alle internet alle telefone über das handy netz funktionieren ihr merkt es oft bei großveranstaltungen wie schwierig das ist hier mal internet zu bekommen gut licht geht nicht was solltet ihr machen kerzen taschenlampen mit batterien habt ihr genug da ofen camping kocher notfalls kann man sich ein hobo selber bauen da habe ich mal ein video dazu gemacht wie man sich einfach aus einer dose ein paar lächer eingebaut und schon kann ich das zum beispiel als spiritus kocher nutzen dass ich hier zumindest kochen kann oder ich habe euch auch schon mal dieses video gemacht wie man brennpaste selber macht in der dose eine kernseife und bioethanol oder spiritus ist egal und schon kann ich das immer ich würde bioethanol empfehlen weil der für indoor einfach besser geeignet ist und denkt daran wenn sie mit glas kocht sonstiges lüften auch wenn kalt wird kühlschrank sollte die in die ersten fünf stunden teil 1 kein problem sein wer zu sagen der werden nicht so schnell kalt die gefriertruhe dürfte noch gar kein problem sein tankstelle es gibt nichts mehr zum tanken das heißt ab jetzt ist tankstelle gestrichen ja habt ihr genug reserve ec kreditkarte funktionieren ab jetzt nicht mehr das heißt den mausengeldbeidl raus und legen die irgendwo hin einkaufen die ganzen großen supermärkte haben registriert kassen die nur elektronisch laufen ohne dies machen die dicht habt ihr vielleicht meinen kleinen tante immer laden in der nähe sollte zu den vielleicht besuchen könnt dort noch einkaufen wie gesagt in die ersten fünf stunden es gilt auch keine tankstelle weil auch die machen so die haben auch nur registriert kassen also habt ihr genug wasser und nahrung zu hause medikamente apotheken geben nichts mehr aus sobald keine internetverbindung mehr da ist also die kleinen sachen vielleicht schon aber die wirklich wichtigen medikamente müssen registriert werden funktioniert nicht ohne internet geben die nicht mehr aus sehen sie heizung habt ihr ersatzheizung habt schlafsäcke wie auch immer wie wird euch warm lebensnotwendig kaffeemaschine wie machen also für mich zumindest wie macht ihr euch den kaffee warm habt ihr ersatz kaffee pulver kaffee wie könnt ihr das wasser warm machen und 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 chaos in den straßen wie kommt ihr denn jetzt heim es könnte doch sein dass gerade in der stadt die straßen verstopft sind ohne verkehrsampeln bis die polizisten das wieder regeln das kann dauern also und der zug geht vielleicht ja auch nicht also überlegt mal wie sie in diesem fall heim kommen wird sie jetzt vielleicht in der arbeit dann müsst dann irgendwie nach hause kommen und deswegen fürs experiment am besten das auto mal stehen lassen gut information ich will ja wissen was ist los habt ihr kurbelradio oder müsst ihr euch alle halbe stunde raus ins auto setzen ein autoradio starten ist auch mal ein thema wo man darüber nachdenken sollte es wäre also massive einschränkung hat das sein kommunikation haben eigentlich nur über das handy informationen nur noch über irgendein radio bewegungsfreiheit ist eingeschränkt und unterhaltung ihr habt kein fernsehen habt keine playstation hat kein internet kein youtube kein nichts darüber nachdenken so wir sind noch nicht am ende jetzt beginnt teil 2 und zwar was passiert ab der fünften stunde also nach fünf stunden in teil 2 schalt das handy jetzt auf flugmodus weil ihr habt kein internet mehr habt kein telefon mehr und das bleibt dort auch das ganze wochenende und jetzt müsst ihr überlegen wie kommuniziere ich mit meinem partner mit funkgeräten wo trifft man sich habt ihr einen platz ausgemacht für sowas es würde jetzt auch kein notfall mehr kommen wenn es passiert bitte wenn sowas ist die challenge abbrechen auch die polizei behörden thw feuerwehr stehen alle vor dem gleichen problem die bos funk funktionieren nicht mehr das heißt es gibt noch mehr chaos auf den straßen das heißt in teil 2 lassen wir jetzt auch noch das auto komplett stehen so und jetzt gehen wir zu teil 3 was passiert nach 24 stunden also wenn sie jetzt beginnt in 24 stunden geht es weiter und dann wird es richtig scheiße und zwar dann fällt nämlich die trinkwasserversorgung bei fast allen aus also gehen wir unten in den keller und drehen den haupthand zu und jetzt stellt sich die frage habt ihr genug trinkwasser da habt ihr genug brauchwasser da für die spülung für sonstiges habt ihr notbrunnen in der nähe es gibt 5000 notbrunnen in deutschland für round about 20 prozent der bevölkerung aber selbst dort steht es ja dann für die 2,7 liter oder was sind steht es ja dann ewig an weil 4000 leute wollen dorthin das wird heftig also klospülung ersatz habt ihr regentonne draußen zum beispiel so bach in der nähe probiert es mal aus geschäfte sind jetzt ausnahmslos alle zum das heißt ab jetzt wird gar nicht mehr eingekauft bäcker scheidet sowieso aus weil bäcker hat nichts mehr am nächsten morgen weil ohne strom kein ofen ganz einfach apotheken haben komplett zu habt ihr also genug medikamente zu hause lebenserhaltende geräte gibt es dafür ersatzakkus gibt es aggregates wo das betreibt es fährt jetzt auch kein bus mehr weil also wie gesagt auch das ist jetzt weg und zu fährt sowieso keiner mehr die wohnung werdet ihr merken merken wird langsam kalt werden wie habt ihr da vorgesetzt habt ihr ersatzheizung habt ihr decken müllabfuhr kommt nicht mehr das heißt ab diesem zeitpunkt bleibt der müll im haus oder im garten oder wie auch immer oder falls die tonne noch leer ist habt ihr glück kennt sich ja nach wie vorhin die tonne nicht das wird nicht gewährt kann man sich einmal gedanken machen wo dann mit dem müll hin habt noch genug kerzen und batterien für die taschen haben wir jetzt kommt dann die zweite nacht wo es fenster bleibt ist im kühlschrank schon alles aufgeteilt was kann ich davon nur essen was kann ich nicht mehr essen was ist so schlecht was muss ich entfernen gefriert ruhe nach 24 stunden fängt die langsam an aufzutauen also sollte man die sachen gefriert ruhe kühlschrank immer als erstes essen natürlich weil das zeug tat auf und einkaufen wie gesagt scheidet jetzt komplett aus ok fassen wir noch mal zusammen teil 1 wir beginnen efi schutzschalter aus ec kreditkarte weg legen tanken nein einkaufen nur in tante emma läden in kleine läden die großen geht nicht mehr keine apotheken also zumindest keine wichtigen medikamente in apotheken überlegt euch wie ihr heim kommen würdet in dem fall noch geht es ja vielleicht teil 2 zusätzlich handy auf flugmodus stellen und auto wird ab jetzt komplett stehen gelassen teil 3 nach 24 stunden oder für die dies kürzer machen sofort wasser haupt von zu kein becker übrigens auch kein gas aber es bringt ja nichts ohne strom müll bleibt drinnen und es gibt überhaupt kein einkaufen mehr kein becker kein nichts mehr kein tante emma laden alle haben nicht also hat einiges an aufgaben ich bin gespannt wer mitmacht schreibt uns dann vielleicht die hotcom montag dann in die kommentare wie es euch dann ist wer video tagebuch macht schreibt uns unten in die kommentare wird mir natürlich richtig interessieren wie es euch dabei gegangen ist ich habe das ja auch schon gemacht ja ich gebe euch noch einen tipp sprecht es vorher mit partner ich habe das mal versucht am freitag abend krimi time es war gerade die leiche da mir die war vom fernseher und ich habe spontan gedacht es ist jetzt perfekter zeitpunkt für blackout übung und habe natürlich nicht gedrückt ja ich weiß nicht ist klar mit irgendwie so hurra kommt sie mir durch naja also sollte man mit partner absprechen logischerweise ziel von dem ganzen ist es ja gesagt diesen notfall mal wirklich zu simulieren dass es jetzt habe ich alles oder fehlt mir noch was in meiner ausrüstung es kommt in einem der nächsten videos kommt ja dann von mir wie ich vorgesagt habe und zwar nach der bbk checkliste also ich gebe euch tipps und tricks wie ihr vorsagen könnt was für vorsage was man alles brauchen könnte und es wird dann quasi mal so zusammengefasst dass man einfach mal sagt ok ok wenn ich das alles daheim habe dann bin ich zumindest relaxter sagen wir es mal so gut das war es wieder von mir ich bin gespannt auf eine kommentare ich bin gespannt wer mitmacht ihr habt irgendwo im laufe des videos auch eine das hat man umfragen gestartet werden mitmacht und wer nicht wird mich interessieren wenn es nicht mitmacht schreibt es bitte ein ich würde mich auch interessieren und sollten sonst nur fragen haben unten in die kommentare ansonsten sage ich danke fürs zuschauen viel spaß bei der challenge stefan von outdoor kinder